Hereinspaziert! Hinter diesem einladenden Titel steckt mal wieder eine Komödie aus Frankreich. Und ihr wisst das bei mir, ich gehe regelmäßig in Sneak-Proviews und die werden fast nur noch mit Filmen aus Frankreich abgedeckt. Das freut mich natürlich, dass die Filmindustrie in dem Land so gut dabei ist, dass die fast wöchentlich einen neuen Titel raushauen können, aber es ist schade, dass die mir alle gezeigt werden, denn insgesamt komme ich mit dem französischen Film nicht nennenswert gut klar. Ich bin kein Feind davon und ich glaube auch, dass die Filme von dort eine immense Qualität haben können mit den richtigen Schwerpunkten. Referenzwerk ist dabei für mich immer noch Frühstück bei Monsieur Henri, den habe ich im letzten Jahr gesehen und der war warmherzig, der war lustig, der war gefühlvoll. Nur leider sind die Filme, die ich in letzter Zeit zu sehen bekomme, vorrangig cholerische, alberne Komödien. Das war diese Reisekomödie namens Alles unter Kontrolle, dann gab es erst vor kurzem alibi.com und jetzt haben wir hereinspaziert, der sich exakt in dieses Schema einreiht. Hauptfigur ist wieder mal Christian Clavier, der spielt sowieso in jedem dieser Titel mit und er spielt einen Buchautor, der in einer Talkshow fordert, dass die Reichen ihre Grundstücke und Häuser doch den Armen öffnen sollen, in dem Fall den Roma und seinen weisen und publicity-trächtigen Worten muss er bald Taten folgen lassen, als er nämlich abends nach Hause kommt und eine Roma-Familie vor seinem Gartentor steht und nun um Einlass gewährt. Fortan hat er also einen Campingbus mit einer vielköpfigen Roma-Familie in seinem Garten stehen und im Alltag prallen dann natürlich die ganzen Macken und Eigenheiten einerseits der Roma-Familie, andererseits der wohlhabenden Familie von Clavier aufeinander und es kommt natürlich das, was der Trailer angedeutet hat und genau das und nichts anderes. Die Gastgeber sind dreist, frech daneben, benehmen sich daneben, nutzen jede gebotene Freundlichkeit aber hinten und vorne aus und das Ganze muss die Hauptfigur, also der Autor, mit einem falschen Lächeln ertragen, da er sonst Imageschaden erleiden müsste. Und wie gesagt, das Ganze ist, genauso wie der Trailer suggeriert, es ist albern, oberflächlich und im Grunde ist das Thema Integration von Fremden und Flüchtlingen oder so ja gar nicht mal so schlecht beziehungsweise es ist ein Thema, wo man durchaus einen härteren Film hätte machen können. Ich meine, Willkommen bei den Hartmanns hatte auch eine solche Thematik und hatte bei allem trotzdem noch zumindest einen ernsten Grundton oder zumindest hin und wieder mal ernstzunehmende Momente. Dieser Film hier ist nichts weiter als eine alberne, überdrehte Comedy, wo schräge Vögel sich in jedem Moment schräg benehmen und so vieles, und das ist wirklich, wenn ich das jetzt im Nachhinein bedenke, so vieles im Drehbuch nicht zu Ende gedacht wurde. Dass da wirklich Plots aufgebaut werden, die wirklich verpuffen, die wirklich nur für einen schnellen Gag herhalten müssen, wie zum Beispiel der Nebenpart, dass die Hauptfigur von der Studentin umgarnt wird. Und das, was hier in den letzten 20 Minuten passiert, also es passiert jetzt kein gigantischer Twist oder sonstiges, aber das ist so üble Drehbuchschreibe, beziehungsweise so, als hätte man ein Drehbuch in der Rohfassung genommen, wo nur die Skizzen gestanden sind. Also die Frau der Hauptfigur macht da eine schnelle Wendung durch, die ich so absurd finde. Und das an den Haaren herbeigezogene Karacho-Finale und Ende, ich sag mal so, ich war ja froh, dass der Film vorbei ist, aber so überstürzt, so ein Ende da dran zu kleben, passt hin und vorne nicht, aber andererseits passt es genau zu dieser Art von Film, die halt wirklich eine gewisse Hysterie und ein gewisses Tempo oder so und einfach nur aneinander reiht und ihr merkt schon, ich kriege jetzt hier keine klaren Worte zusammen, es ist einfach nur, ich habe von Grund auf nichts gegen den französischen Film, aber mit Filmen dieser Art und auch der Komik, die hier so präsentiert wird, kann ich hinten und vorne nichts anfangen und den Leuten, die reihenweise aus dem Kino geströmt sind, kann ich dann entnehmen, dass ich nicht ganz der Einzige bin. Den Film wird es, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, 21. September in den deutschen Kinos geben von mir gibt es sehr ermüdende 2 von 5 Punkten, auch mit Tendenzen nach unten und ich glaube, wenn es wirklich Leute gibt, die, wenn der Film im Kino läuft, hereinspazieren, werden sie relativ schnell davon fliegen. Wie seht ihr das? Habt ihr den französischen Film Dicke? Guckt ihr euch solche Sachen überhaupt an oder bin ich der Einzige? Und seht ihr in diesem Film hier irgendein Potenzial? Das würde ich gerne wissen in den Kommentaren unter diesem Video, ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!